20. Juli 1969 Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. In der Schule wurde einem erklärt, Apollo 11 hatte den Kontakt zur Erde verloren. Für zwei Minuten. Das ist nicht wahr. Sie haben an diesem Tag etwas gefunden. Und es versteckt gehalten. 50 Jahre lang. Und jetzt ist es zu spät, um es zu stoppen. Heilmeldung. Der Gouverneur hat soeben die Evakuierung der gesamten Westküste angeordnet. Eine Überlebenschance besteht nur in höher gelegenem Gelände. Bleibt wachsam, meine Brüder und Schwestern! Bleibt wachsam! Dieser Planet hat fünf Extinktionen durchgemacht. Das wird die sechste. Sind wir tot? Nein, wir sind nur im Inneren des Mondes. Ich glaube, einen genialeren Satz hat noch nie irgendjemand gesagt. Beob Cold aus erwähnt. Beobacht. Beobacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017